Na da verrät einem wie viele noch leben, das ist scheiße Nein, das ist doch sinnvoll für einen Detektiv Nee, das sollte er eigentlich eben nicht wissen Ich meine, wenn übrigens diesen Parcours schafft, verbrennt man Toll, tolles Ziel, das man da erreicht Echt, übelst lang gebraucht und dann am blöden Standort zu euch Da kommen irgendwie nicht auf die Net drauf Warum das nicht? Da kommen einige nicht drauf, wie es aussieht Er hat mir lagts, also hängt Gary's Mod drauf Das hängt auch bei Schulter Ach ne, bei irgendwem anders Ah, jetzt geht es Ja genau, gut Okay, mir wird es noch ein bisschen dauern, glaube ich Dino dauert immer ein bisschen länger Erste Runde ist also Rene, glaube ich, nicht dabei Nö, die fängt jetzt an Also wir haben noch einen Ach ne, wir haben zwei Trader bei fünf Leuten, na, das ist gut Nein, wir haben einen Trader Nee, zwei Sicher? Ja, ganz sicher Ja, er weiß Das heißt, sobald der Erste stirbt Kann ich die anderen beiden töten, wenn ich Dino bin Nein, das war doch gestern nur einer Nee, jetzt wir haben zwei Also wenn du dich umgestellt hast, dann haben wir immer noch zwei Nein, ich meine Au Ich meine, es war einer Ne, es war Dete schon ab fünf, so war das, ne Stimmt Ne, doch, es ist nur einer Es ist nur einer Wer hat die Discombo geworfen Also es ist Raphael Ja, das ist auch Weil ich das gar nicht im Shooto Das ist ja Das ist ja Wie war das noch? Discombo gleich random Oh, der, 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 okay, der ist der Shooto eindeutig Scheiss, schnarr, ey Pause kaputt Ja, ich, das muss ja, okay Ich will euch nicht sehen Hey, wieso wird alles? Vielleicht auf einmal bin ich wieder auf dem Bildschirm starten Will dich auch nicht sehen Oh, da kommt ein Discombo Das war ja meine Kriegt, kriegt, kriegt Du hast die in der Hand gehabt Ich hab dich doch gesehen Ich hab dir eben sehen die nie Ne, guck doch, ich hab das Feuerteil geworfen Ist auch nicht besser Wolltet ihr mich verbrennen, oder was? Ja, aber ich wollte doch nicht dich verbrennen, Mann Nein, nein Er wollte mich verbrennen Also, chill Oh Er wollte doch nur mich verbrennen Er wollte doch nur mich verbrennen Ich weiß, was für Chaos Tötet Powerful Hat keinen Sinn mit ihm Glaub ich aber Powerful, komm mal hier Wo ist denn eigentlich der letzte? Wo? Ich lerne grad Warte mal Hier genau Wer bei deinem längsten stehen bleibt Angsthase Warte Nochmal, nochmal Haben wir noch eine? Ach ne, da hinten liegt eine Ich hab eine, ich hab eine Komm Warte, Angsthase nochmal Aber nicht schon in der Hand Schulter ist straight, Alter Oh, oh, oh Ich bin kleiner Ich bin kleiner Ich bin kleiner Aber wir müssen am Anfang so stehen Dass wir auch runterfahren können Du schaust mich so grob an Deine Augen, die glänzen so grob Ich würde ja gerne meine Augenfarbe ändern Aber es geht glaube ich nicht Heutz Tag geht alles Ah, alles ist möglich Gehen wir mal zum Arzt Schulter hat gerade eine Encendary Gehen wir mal Gehen wir mal Er hat War es noch eine Smoke? War anscheinend noch eine Smoke Seht schlimm Wenn du dich da selber reinstellst Wenn du dich da selber reinstellst Ich kann der Traitor einfach nichts umbringen Sobald einer Ah Ich hab's gesagt Kaput So, jetzt ist der Reni auch da Jetzt haben wir zwei Traitor wieder Wow Alter, zwei Headshots oder was? Oh, ja Oh, kaboom Mann, hab ich was getroffen, was? Oh, dann läuft bei dir Das ist bei der Map Das ist bei der Map das Blöde, ey Dass die einfach alle oben stehen Ja, was soll ich tun, ne? Ich wollte die Runde jetzt einfach schnell beenden Das ist die einzige Map, wo ich sagen würde Die Kombos sind kein K.O.S. Grund Weil hier macht das wirklich jeder Ich würde sagen, gerade hier Hier macht das doch wirklich jeder Also ich muss das auch wenn ich genug will Oh, ne Galil Oh, ne Galil Oh, ne Galil Wenn einer mit einer Galil schießt Sofort erschießen Das war Reflex Die Galil klingt wie die AK Zumindest ähnlich Oh, ich bin Detektiv Er schießt mich gar nicht Und da ist schon der Erste weggeflogen Nein, ich hab's überlebt Ne, ich glaube es ist ein anderer gestorben Ist schon Eierkorn Kann das sein Ja, das war ich Ich wollte dafür wechseln Sind noch alle da? Auf einer Aabe oder was? Raphael? Genau Raphael ist da Ja Powerful? Jaja, klar Schulte, bin du mir ein Traitor? Schulte? Ich würde nicht dahin drehen Schulte, bist du da? Ja, noch lebe ich Ich hab noch 6 HP Ja Und Riggs? Eigentlich ist es nicht wert Riggs Ja, danke Riggs ist tot Powerful, zieh mich auf mich, ey Okay Okay Wer mich runterschubst, der ist halt, äh, der Traitor Zurzeit sieht's nach René aus Okay, jetzt rennt Powerful auf mich zu Hallo Powerful Es ist sehr verlockend, ich weiß Alter Okay, wir sind scheinbar alle Tät Sir René war KOS Was? Ich kann dich nicht mehr runterschubsen, das funktioniert nicht mehr Ich weiß Ob, ob, schön Oh War das? Oh, sorry Ich geh noch dreht, ey Ich geh noch dreht, ey Ja, danke Okay, Shooter hat ihn runtergeschubst Kein Problem Mach ich gerne Das heißt, wenn Riggs tot ist, sind im Prinzip die anderen zwei es hier Ah! Ja Ja Ich höre dich alle töten Gleichzeitig Ey, darf mich mal fragen, wenn die Discombo geworfen hat Der hat mich getötet einfach, das ist scheiße Ja, das war nämlich der Mist am Anfang Was ist das für ne coole Waffe eigentlich? Was ist das? Was ist das? Gleich am Anfang mein Traitor-Kollege gestorben Da hatte ich auch keinen Sinn mehr gesehen in meinem Leben Was ist das? Einfach mal gleich mal hier Discombo Also genau Ich würd's auch so sehen Eigentlich auf der Map Wer da eine Ins- also eine Discombo wirft Der ist einfach KOS Ja, bin ich auch für Okay, aber ich mach's trotzdem weiter Ich such mir direkt einen Ich such mir direkt einen Dann tötet mich halt Toll Ich hab auch eigentlich genau vor euren Augen jemanden runtergeschubst Ich stehe jetzt einfach im Weg rum Mal gucken, ob du mich tötest Weil dann ist es KOS Okay Okay Mal gucken, wer von uns ein Traitor wird Alp Alter ist gestorben Direkt erschossen Cooles Ding Schulter, Schulter, Schulter Walter, wer war das? Ja, Schulter oder was? Ist Schulter tot oder Ist Schulter der Warum steht die Leiche nicht? Der steht doch da unten Der Schuht hoch Was, was ist mit mir? Du warst grad allein mit ihm, oder? Nee Warst du nicht grad allein mit ihm? Wir sind Schulter Nein, Mann, ich bin grad hier hoch gekommen Immer eine Etage tiefer Da muss der doch liegen Der, der tot ist Ich schau mal nach Ich bin mit Raphael hier Wenn ich tot bin, ist es Raphael Wenn ich tot bin, ist es Raphael Ich glaub ich bin nach Balsch, ne? Ist hier nicht Ich glaub Raphael möchte mich töten Wir backen die Leichen so rum Ich sterb es Ich sterb es Hier ist meine Lieblingswaffe Mann, Mann, Mann Da wird er wieder sofort erschossen Er hat doch glaub ich am Anfang gesagt Wer da neben ihm ist Das ist wieder das Tolle dran Das ist wieder das Typische, man hat nicht zugehört Ja, ja Weil man die Leute nicht so an den Stimmen merkt Ah Fallen Wenn er diskomboliert da Alter, hör auf Oh, es ist Rix Okay Ist der tot? Raphael, bist du da? Rix ist tot Aber Schulter, du warst gleich am Anfang tot, oder nicht? Nein Ich habe es überlebt Ich wurde angeschossen ansonsten Naja, nicht mal da Wir suchen die ganze Zeit deine Leiche, ja? Und dann lass uns jetzt hier, dass du nur lebst Schön, danke Ernsthaft Rix hängt da oben drin Rix Oh, ernsthaft Was war denn das denn, äh? Ich dachte du wärst tot Ich wollte dich grad bestätigen da oben Ich hing Rix ab, ey Ich dachte das wäre eine Leiche, die da eine rangebracht hat, ey Also cool, Powerful oder ich Wer wird, wer wird Traitor? Ich wurde Traitor, hab ihn direkt abgeschossen Und er sagt trotzdem noch meinen Namen Und das war wirklich ein Instant Headshot Ey, ich hab deinen Namen nicht gesagt Ich spawn in der Luft Doch, du hast trotzdem noch Schulter gesagt Nein Ich hab Alter gesagt Ich hab Alter gesagt Ich hab Alter gesagt, ich hab keinen Namen gesagt Ich hab Alter gesagt, ich hab keinen Namen gesagt Also ich hab der Schulde gehört, deswegen wollte ich den ja suchen Den Namen hab ich gesagt Nach kurzem Tod versehen Ja, also ich hab Alter gesagt Mir hab ich nicht gesagt Versehentlich ist geil Und soviel hat er mich dann eigentlich schon Ne? Cool, da wollen wir noch Hab der trotzdem gewollt Oder so und dann Vor allem du warst Dete, Alter Ja, das war echt assi Komm, bleiben wir stehen Du hast nen Tee getötet, du bist Proven Komm Powerful Da So und jetzt So und jetzt So und jetzt Wartet Mir juckt's am Finger Alter Ich bin aber aus der Sicht dann Und der Dete ging Ja WTF Alter WTF Yo Von oben gesniped Na ne Wenn du jetzt auf mich schaust Wenn ich doch Er hat schon wieder geschossen Er hat daneben geschossen Oh Shotgun Da liegt nur ne unkonfirmte Leiche auch gut Ähm Powerful Ja Powerful ist Der war's Traitor Er war sicher Weil er der einzige war der Umstand der Schrift Mach Raphael back, wenn du ihn siehst Raphael ist dann auch Mach Raphael back, wenn du ihn siehst Raphael ist dann auch Da Scheiße Da Trübste ich eh nicht? Nein Bin kurz aufkau Hahahaha Mach mal alleine Riggs Hahahaha Hahahaha Ach ja Okay jetzt kommt der Krieg alter Jetzt kommt der Krieg Raphael ist sogar noch nett und lässt René leben Ah Wieder da Okay Jetzt sind wir weg machen mit Raphael Hahahaha Na ja ich bin der Letzte Ja ne ich bin auch noch bei dir Kill mal den Raphael Mhm Okay Ich bin bedroht von ihm Oh ich hab ne Zeit in der AWP nice Hahahaha Die Lächel rutscht schon die Bahn runter Hahahaha 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 Könntet ihr wenigstens Keinen Stummfilm draus machen Hahahaha 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 Jetzt wollte ich gerade auch sagen Hahahaha Hahahaha Und bei uns Stunners gerade Hahahaha Ja, kein Ding. Wie wär's denn mal, wenn du uns mal töten gehst? Du hast schon deinen Radar dann töten, oder? Oh! Oh nein! Jawohl! Ich hab in diese Kante geschossen! Oh, Powerfull! Aber Riggs, nächstes Mal hau ich einfach drauf, ohne Scheiß! Ja... Alter... Ich hab schon aus der Entfernung sogar noch gesehen, dass du die Silence LP in der Hand hattest. Scheiße! Ey, Shooter, bei uns stimmt irgendwas nicht von den Punkten her, wa? Ja, die wurden eindeutig gecheatet. Nee, aber wir sind ja noch keine Traitor gewesen. Oh ja. Das ist der Knackpunkt. So, Schulte, ich komm jetzt grad wieder zu dir. Ja, genau, wir müssen unser Spiel weitermachen. Äh, wo bist'n? Ich bin in dem Lüftungsschacht. Ach, Scheiß, ich bin bei Shooter, äh, Shooter. Komm, Shooter, komm, komm her. Ich hab zwar nur ne Newt, aber egal. Wenn ich da stehe mit Shooter... Ah! Sorry, das Feier hat schon begonnen. Nein, das war wirklich unabsichtlich, weil ich nur am Fliegen war. Ich glaub, du hättest mich getötet, oder? Wenn ihr mit Shooter... Aber das seh ich ja. Oh, sorry, sorry, sorry! Alter! Ich komm hier nicht hoch. Ich steck hier... Ah! Oh, ich meinte... Ich steck dem nicht übersagen. Das war Reflex! Ey, komm, komm mal zu mir! Komm, komm mal zu mir! Komm, komm mal zu mir! Kannst du doch auswählen! Ey, wisst ihr grad, Leute? Ich war grad... Ich hab mich auswarschen gemuted gehabt. Ah, ich will nicht! What the fuck! Was war denn? Ähm, what? Was war denn? Sorry, nee, sorry, nee! Stopp, stopp! Beschuss, beschuss! Du schon? Boah, Alter, was ist los hier? Was macht jetzt? Wer ist es jetzt? Ist ich da nicht? Es ist Rick! Was macht es, Mann? Hör doch mal auf, Leute! Boah, Leute! War das nicht schön? Ich sag ja, es geht schnell, wenn ich mal Traitor bin. Ja, okay, die Traitor regeln das. Stimmt, Trudor. Ach, der ist so! Das war richtig geil mit der... Mit der Smoke, ey. Hast du's gesehen mit der Gravity Gun, die ich benutzt hab? Ich hab jetzt Minuspunkte gegeben... Bekommen, weil ich jemanden getötet hab, der im Rauch stand. Ja, das war perfekt gelaufen, würd ich sagen. Aber das war richtig geil. Du hast gesagt, ja, lass mal in die Discombo gehen, dann hab ich ne Insider reingeworfen. Dann bin ich da kurz noch stehen geblieben, da hat keiner gewusst, dass ich die geworfen hab. Ja, ich hab ne Smoke geschmissen. Ja, die war auch noch geil. Die war auch noch geil. Die war auch noch geil. Ja, ich hab State abgeholfen, weißt du. Ja, so macht man mal ne Runde richtig schön schnell. Alter, ich bin, glaub ich, echt fett geworden. Aber mit Hilfe vom Deete, das ist doch peinlich, oder, Thees? Ach! Ey! Ich war es nicht diesmal. Wer hat denn die geworfen? Ich weiß nicht. Ich hab da ne Smoke geworfen. Wer wollte die Detective grad umbringen? Das weiß leider keiner, Leute. Du, Shuto, wie hast du da was geworfen? Es geht nach unten. Guck mal. Ich hab die hier in die Rille geworfen. Shuto hat grad... Ja, ich hab ne Disco in die Rille geworfen hier. Die fällt ja dann runter. Das iPad ist einfach kaputt gegangen, weil ich drüber gelaufen bin. Läuft. Wer ist denn hier oben alles da? Shuto und Schulter, okay. Und wieso bist du angeschlagen, Schulter? Weil ich von der Incendary da verletzt wurde. Burn, motherfuckers. Burn. Hier ist schon wieder eine. Aber das war wahrscheinlich der, der von unten kam. Powerful. 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 Oh ja. Da hat einer Frack geworfen. Powerful. Oh, und hier ist C4. Ihr habt das echt geil gemacht, Mädels. Ich töne euch aber jetzt, wenn ich euch sehe. Ist mir egal wer. Ja Leute, wer lebt jetzt alles noch? Ja, ich. Wenn du so schön da oben rumcamst auf dem Schrank. Ich lebe auch noch. Ja, wenn du nicht bist, dann erschießt alle außer mich. Aber die anderen sind auf jeden Fall K.O.S. Weil da oben sind zwei oder drei gestorben, aber ich hab keine Ahnung. Ich hab die nicht bestätigt. Ich glaub das waren zwei oder drei Leute. Mach mal. Nö. Ihr seid ja dann beide wahrscheinlich. Ich erschieße sowieso. Weißt du was der Fail war? Du standest nicht mitten der Runde. Tja. Der schießt das Ding. Ja. Wären alle wieder so schön draufgegangen. Leute, was war das? Ach und jetzt kämpfst du im Bett dann oder was? Er ist im Schacht. Du bist im Schacht. Schicht im Schacht. Soll, wie hast du dich gesehen? Sag ich auch. Ich hab das Penis. So. Boah. Knappe.